Der Starttermin für die neue Staffel Promi Big Brother steht inzwischen fest, doch über die Kandidaten wird von Senderseiten noch stillschweigend gewahrt. Doch während sich Sat.1 in Schweigen hüllt, wurde die, Bild, Zeitung bereits zwei prominente Teilnehmer wissen. Demnach soll der ehemalige Bachelor Daniel Völitz, 33, einer der Kandidaten sein, die in der sechsten Staffel in den Promi-Container ziehen werden. Völz hatte in der achten Ausgabe der RTL-Kuppelshow als TV-Junggeselle versucht, die große Liebe zu finden, die Beziehung zu seiner auserwählten Christina Janssen ist inzwischen aber bereits wieder gescheitert. Dieser, DSDS, Gewinner soll auch dabei sein. Außerdem soll laut, Bild, Informationen mit Alfonso Williams, 44, Edriesing Kangis, der Deutschland sucht den Superstar, Gewinner von 2017 in der überwachten Promi-Wohngemeinschaft mit von Partie sein. Wer sich tatsächlich den Aufgaben des wachsamen, großen Bruders stellen wird, erfahren wir spätestens am 17. August. Denn dann startet ab 20.15 Uhr die sechste Staffel. Promi Big Brother, auf Sat.1. Moderiert wird die Show in diesem Jahr von Jochen Schropp, 39, und Marlene Lufen, 47.